Ladies and Gentlemen, it's time for Grizzly TV. Und ich hoffe, wir kriegen keine Map, die wir schon hatten. Das wäre jetzt extrem beschissen. Warte, ne, die hatten wir noch nicht. VBSS. Macht eigentlich ganz schön Laune, das Boot. Kann man so sagen. Ich hoffe, ich bin jetzt auch auf der richtigen Seite. Was haben wir denn alles mit? Wir nehmen die MDR GL Blue Urban. Nein, ich bin auf der falschen Seite. Verdammt. Team Deathmatch. Ne, ich bin doch auf der richtigen Seite. Ha, geil. Eine Nade rüber schmeißen. Hier aus dem Weg. Erst nachladen, weg sind. Eigentlich wollte ich ja noch die Neujahrs-Montage mit Dog Night hochladen. Aber das habe ich zeitlich leider. Na, 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 na. Ah. Das habe ich zeitlich leider noch nicht geschafft. Sie ist noch nicht ganz fertig, die Montage. Aber ich gebe mir Mühe, dass sie trotzdem heute noch online kommt. Die Montage. Ah, hat nicht geklappt. Oh, tolles Team. Von wo? Aha. Fighter One. Dann holen wir dich doch mal raus aus deiner kleinen Bucht da oben. Boom. Da hat Zoom gemacht und er war tot. Lalalalalala. Oh, ich habe ihn getroffen. Das habe ich gesehen. Oh, yeah. Ich hasse diese Seite hier nämlich. Du bist nämlich ständig zugekämpft. Dann kommst du nicht mehr hoch da. Was? Du behindert bist, habe ich gefragt. Oh, die Runde ist doch schon fast wieder vorbei. Ach, scheiße, da hänge ich fest. Verdammte Axt. Oh, das war eine Failnet hoch 3. Ja, ich habe meinen Kollegen da sterben sehen, Junge. Ja. Den haben wir auch. Ja, ja. Voll in die Schnauze. Ja, wie gesagt, ich hoffe ihr seid gut reingerutscht und nicht so doll. Ja. Genau. Opfer. Äh. Ich habe den Rutsch vorm PC gesessen. Ich habe an der Montage weiter gearbeitet. Oh, 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 oh. So nicht, Kollege. Und eine habe ich noch getroffen. Ich hoffe, ich habe die heute wirklich noch hochgeladen. Komm. Komm, zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Pass auf, Digga. Hinten ist einer. Ha, habe ich dich erwischt, Junge. Ja, ja, ich liebe diese Seite einfach. Oh, das ist einer von mir. Oh, 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 oh. Oh, fehl. Grad nach. Ich liebe auch diese Waffe. Ich weiß nicht warum. Die ist mega geil. Oh, 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 oh. Oh. Wo seid ihr? Ich will spielen. Eieiei. Nicht einen habe ich mitgenommen, ist aber schade. Das macht mich doch glatt wieder traurig. Aber jetzt habe ich einen mitgenommen. Ja. Ah, da unten ist einer. Boah, da ist noch einer. Pitbull 16. Wo wolle er hin? Kommen du her. Ich mag einen Döner aus dir. Ich hab mich doch nicht verhört. Tag, reload. Reload schneller. Ich hab auch einen getroffen. Nicht getroffen. Ey, wir verlieren Leute, Alter, gib mal Gas. Ich hab auch gewiss da gucken, ich geh hier gucken. Oh, wieder das Dach getroffen. Nein, 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 verdammt. Hab ich gedacht, den kann ich auch noch mitnehmen. Hab ich wohl... ...falsch gedacht. Wer stampft denn hier noch so auf dem Holz rum? Eieieieiei. Einen Kill nur noch, verdammt. Komm, nein! Ist die Runde auch schon wieder vorbei. Jammer, schade. Gucken wir mal gleich noch, wie wir gespielt haben. Irgendwann mit 22 habe ich gerade gelesen. Auf jeden Fall sind wir positiv und das ist geil. Positiv ist immer geil. Mega geil. Ich hab eine Belohnung gekriegt. Juhu. 23, 14, ne? Ist positiv, oder? So, das war's für heute. So, wie gesagt. Ich hoffe, ich krieg die Montage heute noch hochgeladen. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe es. Drückt die Daumen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche im Untertag wieder. Und bis dahin. Nüchtert schön aus heute. Und dann bleibt gesund. Haut rein. Tschüss.